Er fand dort etwas Größeres, die Chance mächtiger zu werden, als er jemals war. Wie ein blutdürstiges Kriegsbiest jagte er dieser Chance nach, ohne Ehre, ohne Vernunft. Es gab nichts, was er nicht für seine eigene Erlösung opfern würde. Als der Zeuge dann zu ihm kam, stellte sich Kalus dem, wovor er immer davongelaufen war. Wenn wir ihn nicht aufhalten, sind wir alle dem Untergang geweiht.